Der Metropole Ruhr Herzlich willkommen im neuen Projektzentrum der Stiftung Mercator, dem neuen Ort in Berlins Mitte für gute Ideen und deren Umsetzung, dem neuen Campus für Menschen, die gemeinsam für ihre gesellschaftspolitischen Zielsetzungen arbeiten und werben wollen, dem kreativen Arbeitszentrum, an dem Menschen aus aller Welt zusammen gegen den menschlich verursachten Klimawandel, für Chancengleichheit im Sinne gelungener Integration und für eine bessere kulturelle Bildung eintreten und werben. 80 Kollegen, 80 Kolleginnen und Kollegen aus unseren Projektpartnerschaften werden hier mit uns in diesem Projektzentrum arbeiten, nur drei davon von der Stiftung Mercator selbst. Unsere Partner kommen aus exzellenten Wissenschaftsorganisationen, aus klima- und integrationspolitischen Thinktanks sowie aus dem Feld der kulturellen Bildung. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diese 1800 Quadratmeter hier bespielen, Synergien nutzen und Stärke gewinnen, auch für unsere politische Kommunikation. Das Zentrum bietet Gelegenheit über die Grenzen der eigenen Organisationen miteinander ins Gespräch zu kommen, neue Ideen und hoffentlich auch viele neue Sichtweisen zu entwickeln. Ich verspreche mir, wir versprechen uns davon eine ganze Menge, denn wir brauchen Impulse wie diese. Ich verstehe auch die Gründung dieses Projektzentrums nicht nur als eine Plattform, um neue Ideen zu entwickeln, sondern auch um dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen. Denn das ist doch das, was auch die Stiftungsarbeit, aber umgekehrt ja auch die politische Arbeit so spannend macht. Stiftungen können wesentlich mehr investieren als ihre Fördermitteln. Es ist unsere große Stärke, glaube ich, unsere Reputation, unser Netzwerk, unsere Zugänge einzusetzen. Und gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir dies tun. Darum sind wir hier. Wir werden sozusagen die Vernunft nur zum Erfolg führen können, wenn die Vernünftigen mehr werden. Und daran müssen Stiftungen, glaube ich, weiterhin arbeiten. Und ich freue mich sehr, dass die Stiftung Mercator mit ihren drei Themen, mit ihren Projekten hier den Versuch unternehmen wird, in Berlin ein Projektzentrum aufzubauen, das genau in diesem Sinne hoffentlich Programme und Projekte zum Erfolg führt. Und dazu wünsche ich alles erdenklich Gute. Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt, wo, wenn nicht hier, ist der richtige Ort, um für unsere Ziele einzustehen und unseren Partnern zu werben.